Mein Name ist Patrick Rettenbacher, ich bin von der Firma Premedia und bin zuständig für den Bereich der Marketingtechnologien im Sales. Das ist mein erstes Mal auf den Printdays von Werk 2 und spontan würde mir das einfallen als Besonderes am Printday zum einen diese sehr qualitativ hochwertigen Vorträge und zum anderen die Eventlocation hier im gesamten Landschaftspark. Premedia und Werk 2, wir haben da schon eine langjährige Partnerschaft, haben da auch schon viele Projekte erfolgreich umgesetzt und was das jetzt genau für uns bedeutet, wir sind auf einer gleichen Augenhöhe unterwegs und es macht sehr viel Spaß, dass wir mit Werk 2 und mit der Printgroup zusammenarbeiten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.